Und wir haben alle ein bisschen Appetit auf Pizza jetzt. Es ist die Nachricht heute aus dem Musikbusiness. Sie sind Kult, eine Band, die Generation entprägte und die heute bekannt gab. Wir machen weiter. Von wem die Rede ist jetzt in Riesand Prominenz. Fans rasten aus weltweit, da endlich solche Bilder von dieser Band zu erwarten sind. Aber die Pischmode sind zurück. Oder besser gesagt, sie machen weiter mit einer Welttournee. Klar, auch nach Deutschland kommen sie. Denn nach dem Tod von Bandmitglied Andrew Fletcher im Mai war ja nicht ganz klar, wie die Zukunft der Band so aussieht. Für Fans ist das jetzt also die Sensation. Ja, und viele wollen nur eins, ein Wiedersehen mit Pischmode, mit der Band. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020